... was ihn dann in so einer kleinen Hutschachtel mit sich rumträgt. Also den Kopf. Ja. Das ist dir echt Mühe gegeben. Das ist schön. Womit hab ich das verdient? Die Soße! Lass mal, lass mal, lass mal, ich mach das. Oh, nein, nein, da ist Sahne drin. Die ist für dich. Nur auf die Kartoffeln, bitte. Untertitelung des ZDF, 2020